Servus, Grüezi, Hallo und Moin Moin, mein Name ist Burkhard Huber-Kardut, einer der HAJ Hannover Marathonbotschafter 2019 auf meinem fast täglichen Laufblock, heute mal wieder um die Heimatstrecke, um den Eutersee, heute am Montag, den 25. Februar 2019 auf meinem Laufblock, 1000 Kilometer bis zum HAJ Marathon, wo ich versuche 1000 Kilometer mit der Kamera begleitet, bis zum 7. April zum HAJ Hannover Marathon beizutragen und mit euch gemeinsam da an den Start zu gehen. Und was ich heute zu berichten habe, sofort nach dem Intro. Bis gleich, bleibt dran. Servus, hier ist der Burkhard. Und ja, ich wollte ein bisschen was erzählen. Heute am Montag, 25. Februar 2019. Ich habe ein paar Mails bekommen, die mich gefragt haben, wie denn so der Sevilla Marathon war. Da war ich ja letzte Woche, habe es nicht ganz geschafft, einen ganzen Marathon zu laufen, weil ich ja ein bisschen grippig war vorher. Aber eine ganz tolle Veranstaltung, das wollte ich nochmal erzählen. Die Messe war richtig groß, 14.000 Starter. Und es war eine wirklich sehr flache Strecke. Das heißt, man hatte keine Höhenmeter irgendwie groß zu bewältigen. Wunderschöne Stadt. Einziger Nachteil für uns, ganz wenig Menschen sprechen da Englisch. Geschweige denn Deutsch. Und mein Spanisch ist mehr recht als schlecht, beziehungsweise außer guten Tag und guten Weg, habe ich nicht mehr so viel drauf. Sollte ich vielleicht mal machen, da ich ja für einen spanischen Konzern arbeite, ist das schon mal eine Challenge für die Zukunft. Die spanische Sprache mal wieder ein bisschen zu intensivieren. Kann vielleicht beruflich nicht schlecht sein. Also, das war ein kleiner Nachteil. Ja, dann war es eine verdammt schnelle Strecke. 14.000 Starter. Natürlich auch einige Pacemaker dabei gewesen. Und was uns Susanne und mich völlig irritiert hat, war, der letzte Pacemaker war für die Zeit 4.30. Für alle diejenigen, die nicht genau wissen, was ein Pacemaker ist, auf großen Laufveranstaltungen gibt es also immer Teilnehmer, die eine vorgegebene Zeit haben, an die man sich anschließen kann, wenn man in der gleichen Zeit ins Ziel laufen will. Und die tragen meistens einen großen Luftballon, den sie über die Strecke schleppen und auf den Luftballon ist die Zeit. Und wenn man Bock hat, dann kann man sich den anschließen. Das sind so 3 Stunden Läufer, 3,5, 4,5. Und 4 Stunden 30 waren die langsamsten Pacemaker. Da waren 3 Stück von am Start. Und dahinter gar nichts mehr. Das heißt also, für alle 5 Stunden Läufer, 5,5 Stunden Läufer, oder die wirklich 6 Stunden brauchen, da gab es gar keine Pacemaker mehr. 6 Stunden gibt es auch fast nirgends. Aber ich sag mal 5 Stunden, 5, 15, solche Zeiten sind auf anderen Marathonveranstaltungen durchaus üblich, von Pacemakern begleitet zu werden. Und dementsprechend war ich auch sehr schnell schon ganz alleine auf der Strecke. Komm her, Sange, ich bin ein bisschen weiter hier. Entschuldigung, ich bin mit meinem Hund immer nach wie vor unterwegs. Und die genießt natürlich das Frühlingswetter in vollen Zügeln hier. So, das heißt, ich war unterwegs und war schon ziemlich schnell, ziemlich alleine auf der Strecke. Nicht ganz allein, aber irgendwie den vollen Wuhling. Und das war ja auch mit ein Grund, dass ich nicht durchgezogen habe, weil es mir a. nicht so ganz gut ging. Und ich denke, da bist du zu langsam. Dabei war ich gar nicht so langsam. Aber da sind nur Krebs am Start. Unheimlich viele Frauen, die mit ihren Kindern gemeinsam am Kinderwagen gelaufen sind. Viele Charity-Werner. Und das war schon, ja, tolle Veranstaltung. Tolle, tolle Optik. Was wir da gesehen haben, die Stadt von Zivilja ist wunderschön. Und ich hatte ja nur die Möglichkeit, dadurch, dass ich abgebrochen habe, bin ich dann ja wieder quasi ins Ziel eingelaufen. Habe mir meine Medaille geholt, obwohl ich nur einen halben gemacht habe. Bin dafür ja auch schon ein bisschen kritisiert worden. Aber na klar, mein Erlebnis, meine Reise. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich nicht die schönen Aufnahmen vom Ziel und von der ganzen Stimmung da machen können, die wirklich am Start- und Zielpunkt geherrscht hat. Also Zivilja-Marathon, echt ein Tipp. Landschaftlich toll. 90 Meilen von Gibraltar entfernt. Luftlinie quasi an der afrikanischen Grenze. Nee, das war schon ein tolles Kino. Und ja, wenn ihr Fragen habt zum Zivilja-Marathon oder zu einigen anderen Laufveranstalten, die ich gemacht habe, schickt mir einfach die Fragen in die Kommentarbox. Und dann beantworte ich die gerne. Wie gesagt, bis 7. April versuche ich jetzt wieder regelmäßiger zu senden. Auf meinem Laufstreak. 1000 Kilometer bis zum Marathon, den ich nicht mehr als Streak unbedingt bezeichnen mehr kann, weil ich ja nicht jeden Tag laufe. Aber ich schaffe es, bis 7. April die 1000 Kilometer voll zu haben. Bisschen Fleißarbeit, aber ich glaube schon, dass wir es hinkriegen. Und insofern kommt selber gut ins Laufen. Genießt die Zeit. Guckt mal, hier ist das nicht toll? Ah, mein Hund freut sich. Ja, hier ist aber nicht Hundestrandhund. Ja, komm, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Stopp. Ja, komm her. Herrlich. Komm her. Ja, soweit, so gut. Alles Liebe von mir erstmal. Morgen ein paar weitere Informationen. Hoffe ich, dass ich wieder das senden kann. Ja, viel Spaß beim Gucken, beim Laufen, beim Schreiben. Wenn es euch gefallen hat, mich zu unterstützen, freue ich mich über ein Like. Daumen nach oben, Daumen nach unten freue ich mich auch. Nicht so ganz doll, tut ein bisschen weh. Aber jede Reaktion ist eine Reaktion. Und wer mich noch nicht abonniert hat, freue ich mich doch, wenn ihr den Abo-Knopf drückt. Da unten müsste der sein. Und mich abonniert und vielleicht die Glocke anmachen, denn da erfahrt ihr alles, was ich zum Thema Laufen, Cocktails, Reisen und hier aktuelle Dinge rund um Euten zu berichten habe. Also, ich wünsche euch einen tollen Montag, tollen Start in die Woche. Das Wetter sieht klasse aus. Wir sind motiviert. Und ich melde mich morgen wieder. Alles Gute, ihr Lieben. Tschüss, bis dann. Fergie, komm. Ja, ha, ha, ha. Auf geht's, nach Hause. Futter-Time. Yeah. Tschüss. Tschüss.